Wie arbeitet diese Firma, die wohl eher ein Umzugsvermittler als ein Umzugsunternehmen mit eigenem Fuhrpark ist? Gut, dass gerade ein paar Stellen offen sind. Wir bewerben uns. Wir wollen versuchen, ein Vorstellungsgespräch zu bekommen. Auf unsere Bewerbung erhalten wir wochenlang keine Antwort. Da hilft nur ein Besuch vor Ort. Ich schicke meine Kollegin Theresa nach Detmold. Sie soll sich an der Firmenadresse umsehen. Die Geschäftsstelle ist besetzt. Ein junger Mann öffnet die Tür. Hi. Hallihallo. Hallo, Entschuldigung, die Störung. Selig mein Name. Ich hatte mich beworben und jetzt war ich in der Nähe und wollte einfach vorbeischauen. Ja, am besten komme ich hier einfach rein. Da vorne links. Ja, danke, super. Der Mitarbeiter bittet sie in einen Konferenzraum. Ein Callcenter gibt es hier nicht. Trotzdem ist Theresa als Bewerberin willkommen. Ich erzähle Ihnen einfach was über das Unternehmen. Ja, das wäre super. Das Unternehmen wurde vor vier Jahren gegründet von meinem Bruder und seinem besten Freund. Mhm. Und mich haben sie nach einem halben Jahr reingeholt. Dann haben wir Umzüge ausgeführt. Erstmal so klein, drei Mann Job, wie das halt so anfängt. Ja. Dann später haben wir den Vertrieb aufgebaut. Der ist dann so gut gelaufen, dass die Aufträge extrem hochgegangen sind und die das dann alleine nicht mehr stemmen konnten. Okay. Und dann haben die andere Unternehmen beauftragt. Okay. Durch die gute Auftragslage also wurde das Unternehmen allem Anschein nach zum Umzugsvermittler. Der Mann macht auch klar, die Zeichen stehen weiterhin auf Wachstum. Das Ziel bis zum Ende des Jahres ist auf jeden Fall 100 Mitarbeiter, die nur Umzüge ausführen. Die anderen sind dann so im Büro. Und jetzt gerade läuft das auch sehr gut so. Und jetzt, wo wir so viele Aufträge haben, sehen wir auch, wo die ganzen Mängel sind. Viele Aufträge, viele Subunternehmer. Und die Qualität ist nicht mehr so, wie wir das haben wollen. Wir werden nur noch eigene Kolonnen aufbauen. Heißt, bis zum Ende des Jahres ist das Ziel, alles selber zu machen. Das Problem im Qualitätsmanagement scheint also bekannt zu sein. Meine Zuschauer sind also Opfer von Missmanagement. Aber wie kommen die aus dem Vertrag mit dem Umzugsunternehmen jetzt raus? Wie ist die rechtliche Lage bei solchen Umzugsverträgen? Über die AGB schließen viele Umzugsunternehmen den Rücktritt aus. So auch unser Unternehmen. Ob das zulässig ist, kläre ich nun mit Rechtsanwältin Lina Goldbach. Das ist ein komischer Fall. Denkst du, ziehst um, kommt keiner. Wenn dann keiner kommt, die Leistung nicht erbracht wird von diesem Unternehmer, kann ich dann nicht sonderkündigen. Wie ist denn die rechtliche Lage da für mich als Kunde in dem Fall? Was möglich wäre, wäre hier ein Rücktritt vom Vertrag. Dazu müsste aber natürlich ein verbindlicher Termin bestehen. Also was nicht geht, ist, dass ich jetzt zum Beispiel hergehe und sage, ich mache mal unverbindlichen Zeitraum von bis voraussichtlich am... Den gab es ja hier. Genau, einen festen Termin. Dann könnte man natürlich auch vom Vertrag gegebenenfalls zurücktreten. Aber ein Blick in die AGBs hilft dabei, weil da steht vielleicht auch was anderes drin. Und genau so ist es ja in diesem Fall. Haben Sie sich die durchgelesen? In dem Fall wurde ja was zusätzlich vereinbart. Nämlich das Rücktrittsrecht, wenn ich es richtig verstehe, ausgeschlossen. Genau so ist es. Ist das denn überhaupt erlaubt? Das Problem ist, dass der Verbraucher wahrscheinlich überfordert ist im ersten Moment mit so einem Vertrag. Und dann alles unterschreibt und alles akzeptiert. Und wenn hier bei so einem Vertrag im Kleingedruckten dann wiederum steht, ach übrigens, dein Widerrufsrecht ist ausgeschlossen. Wer liest sich das durch? Fakt ist, es ist von Gesetzes wegen ausgeschlossen. Das heißt, der Unternehmer macht noch nicht mal was falsch. Irgendeine Chance da rauszukommen für die beiden? Was würden Sie sagen? Ja. Was ist zu tun? Was ist zu tun? Wir haben uns ja die AGBs auch mal angeschaut. Und die AGBs sind okay, wenn man es mal so sagt. Aber die können deutlich besser sein. Und wenn etwas okay ist, aber deutlich besser sein kann, kann man es auch angreifen. Bedeutet, wir haben hier unklare Regelungen, wir haben auch überraschende Klauseln. Und wir haben die Möglichkeit, wenn es unklare oder überraschende Klauseln gibt, im Recht immer Schadensersatz zu fordern oder sogar den Vertrag komplett aufzulösen. Und das ist ein Weg, wie man vielleicht hier wieder an sein Geld auch kommt, indem man sagt, lieber Vermittler, deine AGBs sind unzulässig. Mein Widerspruchsrecht greift hier weiterhin. Ich könnte sogar den ganzen Vermittlungsvertrag auflösen. Oder aber alternativ, ich möchte Schadensersatz für die Schäden, die mir jetzt entstanden sind. Danke für die Info. Eins weiß ich, die beiden sind einfach mangels Erfahrung nicht in der Lage, so einen Kampf jetzt zu führen. Wenn es einfach ist, dann müssen wir ran. Denn Edeltraud Resch und Horst Fischer wollten eigentlich nur unbeschwert umziehen. Haben jetzt jede Menge Ärger und Kosten auf der Uhr. Wer hat sie da hängen lassen? Und warum? Um das herauszufinden, muss ich jetzt selber zum Telefonhörer greifen. Was seid denn ihr für ein Laden? Das finden wir nur heraus, wenn wir uns selbst als Umzügler, als Kunde ausgeben. Und genau das geben wir jetzt hier bei denen mal einen Auftrag. Einen fiktiven Umzug. Und zwar, mein Kollege hat das ein bisschen vorbereitet, von Bielefeld nach Bremen. Mal schauen, auf was für einen Preis wird er kommen. Ich bestelle jetzt bei denen. Auf der Webseite kann ich alle Eckdaten des Umzugs eingeben. Adresse, Datum, Größe der Wohnung, Stockwerk und so weiter. Wirkt tatsächlich durchdacht und professionell. Ich verstehe, warum so viele diesem Unternehmen vertraut haben. So, jetzt wird's spannend. Meine Daten werden überprüft. Vielleicht bekomme ich jetzt dann auch gleich ein richtiges Angebot. Bin gespannt, was da draufsteht. Natürlich habe ich einen falschen Namen eingegeben. Michael Berg. Und siehe da, ein paar Minuten später klingelt's. Du, Handynummer. Ja, hallo Berg. Hallo Herr Berg. Haben Sie kurz Zeit? Ja. Von wo rufen Sie an? Von ***. Ah. Hallo ***. Hallo Herr Berg nochmal. So Herr Berg. Ich habe jetzt Ihre Anfrage von Ihnen im System offen. Und ich bin dabei, das Angebot für Sie vorzubereiten. Haben Sie einen Augenblick Zeit? Ja. Die Dame ist freundlich, aber alles, was sie sagt, wirkt vorgelesen. Wie ein vorgegebener Text. Eine Frage ist sehr verwunderlich. Damit wir Ihre wertvolle Zeit nicht verschwenden, ab welchem Betrag macht es keinen Sinn mehr, weiter zu telefonieren? Denn wenn Sie und ich später die Möbel in das System einfügen, dass alles mitkommt bei Ihnen, das kann das System direkt anzeigen, ob wir darüber liegen oder nicht. Und wir verschwenden Ihre wertvolle Zeit nicht. Über welchen Betrag darf ich nicht liegen? Zum Beispiel mehr als 1600 Euro? Mehr als 2000 Euro? Mehr als 4000 Euro? Mehr als 5000 Euro? Äh, na, wenn Sie mir ein Angebot machen, weiß ich erst, wie teuer es ist. Ich weiß ja nicht, wie viel es kostet. Deswegen werde ich ja das Angebot haben, wissen Sie? Wie teuer darf es denn sein? Mein Eindruck, das Angebot soll auf jeden Fall meinen Erwartungen gerecht werden. Hauptsache ich willige ein. Wie teuer wird er denn nun, mein Umzug? Und zwar habe ich einen Systempreis von 1580. Mit meinem Kundenrabatt kann ich Ihnen einen Endpreis von lediglich 1430 Euro rausschicken. Okay. Wenn Sie versprechen, am Umzugstag einen Kaffee für unsere Mitarbeiter zu kochen. Na, wenn Sie pünktlich kommen, ist der noch heiß. Das Angebot erhalte ich noch einmal schriftlich. Was dann folgt, ist Verkaufstaktik. Der Preis gilt nur jetzt. Und das ging ja schnell. Hier ist ja Angebot schon. Zack, zack, zack. Mit allem, was ich eingegeben habe. Genau, wie versprochen. Öffnen Sie bitte einmal die PDF-Datei. Und einfach auf meine E-Mail eine Antwort schreiben. Einen einfachen Zweizeiler. Das machen wir auch zusammen. Na ja, ich würde schon noch mal, also meiner Frau möchte ich das schon noch mal zeigen. Dann schicke ich sie Ihnen einfach dann als unterschriebenes PDF zu. Wo ist denn die Bestätigung? Ach, hier. Okay, ich bin jetzt bis 18 Uhr im Büro. Ich würde das gerne davor einplanen, bevor alle aus dem Haus sind. Wenn alle weg sind, haben wir Probleme, das einzuplanen. Wenn ein anderer Auftrag reinkommt, dann kann es sein, dass ich den dann rausgebe. Ja, ich muss schauen, ob ich es schaffe. Aber ich denke schon, dass es drin ist. Ich muss mal sehen. Ich melde mich bei Ihnen am besten. Okay, meine Nummer haben Sie ja. Ja, natürlich. Vielen Dank. Danke Ihnen, Herr Berg. Tschüss. Danke auch. Tschüss. Das ist ja wie Verkauf von Zeitungs- und Zeitschriftenanzeigen. Das wird richtig pushy, wie man sagt. Also jetzt nur heute. Dieser Bereich. Sie erreichen mich noch zwei Stunden. Ganz schnell. Zack, 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 soll alles gehen. Bitte jetzt unterschreiben. Sie wollte am liebsten so haben, dass ich mit ihr zusammen eine Mail jetzt schreibe, von ihr angeleitet, um den Auftrag zu bestätigen. Wirkt das seriös? Muss jeder selbst entscheiden. Ich werde mich bei der Dame erstmal nicht mehr melden. Aber mit ihrem Chef müssen wir noch ein Wort reden. Weil nicht nur, dass die Umzüge nicht stattgefunden haben und unsere Zuschauer die Anzahlung geleistet haben. Nein, jetzt will das Unternehmen die komplette Rechnung und mahnt diese Beträge sogar bei unseren Zuschauern an. Kann ja wohl nicht wahr sein. Schriftlich stellen wir eine Anfrage zum Fall meiner Zuschauer, bitten die Firma um eine Stellungnahme und ein Interview. Lange warten müssen wir nicht. Wenige Tage nach der E-Mail erhalte ich eine Antwort. Das ging ja jetzt schnell. Die Antwort kam vor der gesetzten Frist. Die kommt vom Anwalt. Wir dürfen aus der nicht zitieren. Leider. Aber ich kann Ihnen mal zusammenfassen, was hier drin steht. Der Anwalt sagt, ja, jetzt haben wir bezahlt. Das Geld der Zuschauer scheint unterwegs zu sein. Dabei bemühen die sich seit Monaten um Ausgleich. Sind schon angemahnt worden. Gesagt, komm, jetzt alles rüber plötzlich. Ach, Sinneswandel. Das Unternehmen scheint gezahlt zu haben. Angeblich würde man hier Massengeschäfte durchführen. Und da kann sowas schon mal passieren. Ich will mich überzeugen, ob die auch diesmal wirklich Wort halten. Ich mache mich auf den Weg nach Weil am Rhein. Seit mittlerweile mehr als drei Monaten wohnen meine beiden Zuschauer Horst Fischer und Edeltraud Risch jetzt hier. Und wie sind Sie gut angekommen im neuen Heim? Ja, angekommen sind wir jetzt sehr gut. Vermütet an den Hindernissen. Wie lange hat denn der selbstgemachte Umzug noch gedauert, wenn ich fragen darf? Fünf, sechs Tage auf jeden Fall. Und dann peu à peu. Und deswegen holt man sich ja die Profis. Ja. Um diesen tagelangen Stress eben nicht zu haben, dass es sauber, sicher und schnell geht. So, und jetzt haben wir mit denen geredet. Und jetzt fahre ich mal eins. Ist bei Ihnen Geld angekommen? Ja. Die volle Summe, also so wie wir bezahlt haben, haben wir wiederbekommen. Vorauszahlung, ne? Es ist einfach phänomenal. Also wir waren richtig platt. Ach gut. Ich habe noch einen Tag vorher gesagt, na das ist jetzt nichts, das kann nichts werden. Weil die haben dann noch einmal gemahnt. Die haben noch einen Mahnschein. In der Zwischenzeit, als wir schon dran waren an dem Fall, als die Agentur wusste, wir sind dran, wurden sie noch angemahnt. Und ja, und abends war das Geld an der Häuser. Und dann hat er nachgeschaut und dann war es da. Phänomenal kann ich nicht mehr sagen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Erst wir müssen den Druck machen, damit der Kundenservice ordentlich durchgeführt wird. Ja, der hat mich ans Gericht schon ein paar Mal überwiesen gehabt. Praktisch ergibt sich ein Gericht ab, hat er eine junge gesagt. Jetzt ist es ja da, wie finden Sie es? Ja, super. Es hat uns sehr geholfen. Also 900 Euro sind zurückgekommen, das wissen wir jetzt. Ich hoffe, wir haben da ein bisschen was tun können. Einfach super. Schön, dass ich helfen konnte. Natürlich, wenn Sie umziehen, lassen Sie sich doch helfen von einem Unternehmen, gar kein Problem. Meiden Sie aber solche Umzugsvermittlungsagenturen. Wir haben es hier mit einer der ganz Großen in Deutschland zu tun. Und wir haben erleben müssen, wie schlecht die Kunden-Servicequalität ist. Und vor allem, dass diese Vermittler ihre eigentlichen Subunternehmer überhaupt nicht im Griff haben. Da kommt man entweder unpünktlich oder gar nicht. Und am Ende soll groß abkassiert werden. Wenn Umzug, dann gerne mit einem Unternehmen, was vorher mal kommt, sich das Ganze ansieht, einen Kostenvoranschlag macht. Und dann kann man auch relativ sicher sein, dass dieses Unternehmen am Umzugstag pünktlich vor der Tür steht.